Ja, es war echt nicht etwas. Ungeschafft. Aber keine Sorge, es wird noch schlimmer. Wenn ihr denkt, das war alles, nein. Der haut jetzt ab. Jetzt wird es heftig. In die nächste Phase. Abschnitt 2, Start. Verdammt! Okay, jetzt bin ich auf der maximalen Stufe. Meine Schlüssel schläft. Geht doch. Okay. Ähm, okay. Hier haben wir gerade Punkte verloren. Ah, jetzt kommt die ganze Kacke. Jetzt beginnt die Kacke. Zu dumpen. Komm, 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 komm. Okay. Jetzt ist es wieder so teilweise. Oh, wieso habe ich das jetzt nicht getroffen? Oh, wieso? Dann Francisco. Feier gebrauchen können Nächste Form Ja komm Ja bete mich an Ich bin der König Der König von Deutschland Hey Jetzt kommt auch diese Phrasen auf bei ihm Das war noch nicht alles Er kann noch schwieriger werden Oder wenn er euch gerade so richtig simpel vorkommt Schreibt das mal zu den Kommentaren Ich will mal echt wissen, wer von euch denkt, dass es richtig simpel gerade ist Geschafft Und das liegt eher daran, dass ich ein hohes Level habe Und nein Er ist nicht tot Der verarscht uns der Gegner Jetzt kommt über Wieder normal Und jetzt wird er verschwinden Jetzt kommt die letzte und endgültige Form Jetzt wird es aber richtig schnell Alles in Ordnung so Ja, war nur etwas verrückt Als auf einmal alles im Kopf stand Hätte ich diesen Klappergestell gar nicht zugetraut Die Backbefallenden Gegner scheinen immer stärker zu werden Der Feind ist jetzt ganz in der Nähe Und er ist unberechtbar als sie dich vor Das werde ich Okay Jetzt geht die Party ab Den Donner benutze ich jetzt noch nicht Okay Verdammt Mach Ach Ach Jetzt kommt die Kacke Verdammt 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 hallo hat sie so jetzt kriege ich wieder halsschmerzen normal schon halsschmerzen langsam ja jetzt kann die Parten beginn fucking calm Nee, den Donner behalte ich mir. Jetzt kann man so einen Punkt sammeln. Ja, komm, mach wettrenn gegen mich. Ich denke, ich bin missgestalt. Komm. Wie, die Stele. Hecht. Hey. 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 Yes. Hey. 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 Oh, ich hab's geschafft! du hast es geschafft so war wir sollten die erinnerung zurückkehren kein rang herzensbrecher ich kann mich wieder an alles erinnern ich habe euch nichts nur zu befohlen die herkunft der seltsamen blöcke aufzuklären aber eure maru weit mit verlob die blöcke sind wieder weg keine ausflüche sind wirklich ja keine mehr dann setzt euren wachtdienst augenblick fort wie ihr befehlt warum ist mir allzeitig zu vergessen obwohl ich mich wieder an alles erinnern kann auch egal mein gedächtnis habe ich zurück wollen wir etwas dabei befehlen bw bewenden lassen damit wäre auch diese welt repariert verwert und wie vermutet im tag besteht ein neuer mehr schmerzen als der eine der gerade gebracht ins reihe ins reine dann bleibt die tür wohl etwas verschlossen wenn schmerzen schwinden ein weg wird sich finden sieht so aus als gibt es noch mehr zu tun wie es so wohl geht ob sich ein weg zur nächsten welt geöffnet hat da ist er wieder warte bist du der stifter dieses chaos diese welt ist jetzt verbunden erinnerung und realität sind eins geworden es ist an der zeit dass du die wahrheit erfährst hey warte so ein nach er weiß etwas wie als er noch wer stimmt What if he's shown in session 13? Don't worry, Sora will catch him. Then we'll know for sure. Who's there? Chip and Dale must have come back to rescue us. You're here? That voice? Mickey? Is that you? I was just... following that guy and... Huh? Majesty! There! On the monitor! Hmm? Huh? Huh? Whoa! 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 Riku! Riku? Team Team zusammen Du bist mein Journal? Hm. Ich habe die Freude von Ihnen importieren, um zu lösen die Geschichte dieser Entrie zu lösen. Importiert? Wo? Du wirklich hast nicht gesehen? Ja? Oh? Alright. What? Tanniscape? Wir sind im Journal? Your Majesty! Your Majesty! If you can hear us, please say something! Chip? Dale? Chip? We finally got through! The room was empty when we came back! And we've been searching the data for you ever since! Well, if Sora is here with us, and Chip and Dale are out there looking in, then... Then we really are inside the data scape! Just like Riku said! Maybe you can tell us! Is there any way for us to get back home? Green Wolf! Oh no! Someone's trying to break into the data from the outside! A hacker! Wow! If that's true, then there won't be any way out for you! A hacker! 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 No luck! The link from here to the real-world has been totally cut! Aw! How about some good news!? If we repair that link, a new pathway should be opened! Ja? Natürlich. Das ist, wenn diese Bugs nicht hier sind. Ich verstehe nicht alles, aber das bedeutet, dass ihr nicht nach Hause seid, oder? Okay, dann werde ich die Bugs für euch. Ja, gut! Das ist gut! Zora, das ist eine andere, die wir euch haben. Wer sagt, wir halten score? Wir sind alle Freunde, oder? Genau. Bis zum nächsten Mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zora, wie sieht's bei dir aus? Rico, bist du das? Bislang ist alles ruhig. Sei trotzdem auf der Wut. Du bist, auch hier muss irgendwo ein Bug stecken. Halte Ausschau nach einem Schlüsselloch. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass sie direkt zu diesen Zentren der Welten führen. Mit dem Gegner besiegst, der das Zentralsystem beschädigt hat, verschwindet der Bug. Alles klar, diese Theorie hatten wir auch. Ich werde mich drum kümmern. Nicht so hasli, eine Sache wäre noch noch. Du hast von nun an die Möglichkeit, auf reparierte Welt neue Leute zuzugreifen. Du meinst, ich kann sie nochmal besuchen? So ähnlich, aber nicht ganz. Du hast die Möglichkeit, Emulationen der Welt aufzurufen. Der Emulator ist bedingt auch kontrollierbar. Du kannst zum Beispiel alle Erlebnisse noch einmal geschehen lassen. Sind das auch alle Gegner wieder da? Ja, doch nicht alles ist wie beim ersten Mal. Denn die Daten sind nicht zu 100% repariert. Im System kann man noch immer Backbots lauern. Okay. Du kannst jederzeit gegen neue Chips aussuchen. Die alten Chips werden dann... Ja, habe ich schon bemerkt. Okay, das müsste ich jetzt irgendwo hier reintun. Kommando Matrix... Der letzte Part war 21 Minuten lang, okay. Ach, lass ich jetzt kurz mal. Ausrüstungsmatrix ist die höchste Stufe schon. Was war das? Autoblock? Es wird hier doch geaktiviert. Es geht doch. Deswegen hat er ganz so blockiert. Gut. Subvita-Konter. Genere beim Blocken angewiesen. Okay, Feuereinfekt. Dein Angell kann Gegner mit Feuern flammen lassen. Okay. Auftragsliste. Ach so, okay. Ich glaube, ich gehe gleich in den alten Welten zurück, um was zu sehen. Oh ja, was soll ich nur tun? Ist da jemand? Und? Es war dein Schriftwort halt. Schreite nur in die Tat. Wer die? Sagt es auch mit Kia? Ich bin seitdem die Box und finde einen Weg zurück. Ist gut. Pass auf dich auf. Ja, okay. Über diesen Menü kannst du ja abgeschrieben werden. Auf neues Bisschen. Lass die dort. Ja. Spannend.